Der DAX hat gerade noch mal so eben die Kurve bekommen, zumindest mal, wenn man auf den 4-Stunden-Chart blickt und den Trendkanal, den wir hier mal so eingezeichnet hatten, als Überlegung, das ist ein korrektives Verhaltensmuster, was wir hier haben, die Unterseite gerade mal so eben angepinnt, hier im 4-Stunden-Chart seht ihr es und dann doch noch mal die Kurve nach oben bekommen. Also, so schlimm scheint es im Moment noch nicht zu sein, aber gut ist anders, also so richtig überzeugend auf der bullischen Seite sieht das aktuell noch nicht aus. Trotz alledem, ich habe es gerade angedeutet, es ist ein Korrektivmuster, es geht nach unten, yep, und es ist korrektiv, yep, das heißt die Marktteilnehmer, beim DAX zumindest, spüren keinen Druck jetzt, wir müssen, müssen, müssen jetzt unbedingt hier auf der Abwärtsseite drin sein, sondern, naja, gut, so richtig kaufen wollen wir noch nicht, machen wir noch mal ein bisschen Pause. Das ist zumindest mal eine halbgute Nachricht, die wir hier zu verkünden haben und bietet die Chance, dass wir tatsächlich final doch noch mal nach oben rausgehen. Behaltet mal diesen Trendkanal so halbwegs im Blick und wenn der Kurs dann doch sich nach unten entfernt, wir werden das gleich beim Nasdaq nochmal angucken, dann ist es allerdings nicht so gut. Vorläufig bleibt es also eher noch bei der Long-Richtung, Stop-mäßig passt das auch noch über die längeren Stops hier auf Tagesebene, was ich angedeutet habe. Die sind noch nicht in Gefahr, zumindest hat sich der Kurs jetzt ja noch mal einmal gedreht und damit ist eine gewisse Chance, dass es vorläufig noch im bullischen Bild bleibt, bevor dann vielleicht wirklich das Türchen aufgemacht wird für die 13.800er Idee, nämlich dass der Kurs dann doch noch mal in diese Zone da oben oder da unten, muss man sagen, eigentlich reinläuft. Also, noch nicht wirklich schlecht, soll man da jetzt irgendwie Long gehen, Short gehen, irgendwie im Laufe des Tages, das ist etwas, das gucke ich mir um diese Tageszeit so gegen Ende des DAX lieber im amerikanischen Markt an. Und dann sehen wir hier den Nasdaq nochmal, das Szenario, der Trendkanal, den wir hier haben und er arbeitet sich so an der Unterlinie, aber immer irgendwie unten drunter. Auch der heutige Tag, man sieht es ja kaum, ist, was das angeht, nicht so wirklich erfrischend. Der Kurs ist doch mehr auf der Abwärtsseite orientiert. Diese Unterstützung, die können wir jetzt getrost den Hasen geben, also da ist der Markt offensichtlich nicht mehr interessiert daran. Die hat sich erledigt, jetzt haben wir eine neue Chance, zumindest mal jetzt irgendwo hier im aktuellen Bereich 11.900. Ob die jetzt wirklich nachhaltig hält, das wird vielleicht mitentscheidend sogar sein, ob der Kurs tatsächlich noch eine letzte Restchance hat für nach oben oder ob der Kurs tatsächlich jetzt nach unten wegdriftet. Aktuell gefällt mir das auf dem Weg nach oben noch nicht so richtig. Guckt euch das mal im Fünf-Minuten-Chart an. Also so richtig überzeugend ist das aus meiner Sicht noch nicht. Wir hatten die letzten Tage ja immer schon mal Versuche, so irgendwie nach oben. Aber die waren beim Nasdaq mehrheitlich zumindest mal eher in korrektiver Form. Hier hatten wir mal einen relativ scharfen Anstieg mal zwischendrin, der aber gleich von der Gegenseite gekontert wurde. Verhältnismäßig scharf wieder runter, korrektiv hoch und dann eben wieder weiter nach unten. Also so richtig, ich habe nicht den Eindruck, dass die Marktteilnehmer auf Kauflaune getrimmt sind. Ich würde eher im Augenblick sagen, das wird vorläufig nichts. Dieses Bild hier, so wie es für mich aussieht, ist für mich kein Szenario, was für Käufe besonders gut ist und auch nicht für Verkäufe. Weil einfach diese interne Bewegungsabläufe, guckt mal hier, wie der Kurs, ich male es mal so halbwegs nach. Hier war eine Pause, zack, da ging es wieder runter mit Überschneidung, zack, da ging es wieder runter mit Überschneidung, zack, da ging es wieder. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Das ist, ich weiß nicht, geht es euch da anders? Habt ihr den Eindruck, dass das Kaufwillen darstellt? Ich weiß es nicht. Aber jetzt Shorten an der Stelle. Naja, ein Short-Signal ist das für mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Nicht, zumindest mal nicht so richtig. Das heißt, beim Nasdaq bin ich im Moment mal Füße stillhalten und mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ein bisschen besser gefällt mir das Bild beim S und P. Dort sind wir nämlich schön in einer Aufwärtsbewegung. Kann man durchaus sehen mit steigenden Tiefs, steigenden Hochs. Aber wir sehen ebenfalls, dass das Ganze sehr korrektiv aussieht. Mit den vielen Überschneidungen hat man nicht den Eindruck, dass das also jetzt den maximalen Kaufwillen repräsentiert. Also, was das angeht, Korrektiv oder wie eine Korrektur eben jetzt diese Bewegung nach oben, so wie das hier aussieht. Dementsprechend, wenn wir die Unterseiten nochmal angreifen oder wenn wir nochmal mit einem steilen Abwärtsmove hier kommen, dann wären das eher Short-Ideen. Also, ich muss sagen, da bin ich eher auf Short gebürstet. Es passt durchaus für den Nasdaq, auch wenn ich da den Einstieg nicht so richtig hinkriege. Aber gedanklich finde ich die Abwärtsseite irgendwie da noch passender. Also, die Abwärtsseite dürfte noch weitere Chancen haben. Denn so sieht es klassischerweise nicht aus, wenn der Markt richtig Lust hat, dynamisch nach oben zu kommen. Na ja, das sieht offensichtlich aktuell nicht so aus. Also, das spricht auch hier für eine weitere Abwärtsbewegung. Und ja, welche Ziele könnte man sich denn da stecken? Na ja, ich sage mal, interessant wird so langsam aber sicher wieder diese Zone, 3800 hier. Das ist das Zwischentief hier Mitte oder Ende Dezember. Das ist jetzt nicht ein zwangsweise Ziel, so von wegen hier jetzt Short gehen, aufwachen, da wieder finden den Markt. Das will ich gar nicht sagen. Aber bis dahin sehe ich eigentlich nicht wirklich irgendwelche tollen Ambitionen. Vielleicht inzwischen Pause, vielleicht dann schon nochmal. Aber so richtig tolle Ambitionen auf dem Weg nach oben vorläufig erstmal nicht. Und Unterstützung wäre das jetzt mal zumindest etwas, was man mal im Hinterkopf halten könnte. Man kann ja mal Fibonacci einzeichnen. Was haben wir dann noch im Feld? Na ja, die 61,8. Da sind wir so halbwegs jetzt durch. Die 78,6er. Wenn die dann auch noch gerissen wird, dann ist diese Marke schon fast zwingend, na ja, zumindest mal statistisch relativ typisch. Wenn man den gesamten, zugegeben, dreiwelligen Anstieg hier mal mitnimmt, dann haben wir sogar ein bisschen Cluster-mäßig hier an diesen Entscheidungsmarken. Da wäre die 61,8er auch bei der 3800er. Vielleicht nochmal interessant. Also ihr seht jetzt ungefähr, wo gewisse, zumindest mal gewisse Unterstützungsmarken da sind. Jetzt holen wir uns nochmal ein bisschen die Symmetrie mit rein. Also wenn ich mir mal anschaue, diese Rücksetzerbewegung, ne, die meine ich jetzt nicht, sondern diese Rücksetzerbewegung mal angucken und hier nochmal messen, dann kommen wir auch so halbwegs dahin. Also ich muss sagen, also das ist jetzt keine Vorankündigung, das muss so sein. Das ist jetzt auch nicht jetzt Elliott-Wellenmäßig, ist total abgesichert. Aber das ist zumindest mal etwas, wo man sagen kann, wundern würde mich das jetzt nicht unbedingt, wenn der Kurs dahin geht. Also da ist ein großes Fragezeichen, noch nicht. Jetzt ist da ein Fragezeichen, ob diese Kiste so relevant ist. Aber das wäre zumindest mal eine Marke, die man im Hinterkopf haben kann. Zumindest mal sehe ich Bullish, wenig Ambition, jetzt hier auf die Kaufseite dann nochmal mit aufzuspringen. So, YM als Abschluss bei den Amerikanern, der Future auf den Dow Jones. Nach wie vor ist diese Marke hier nicht so abwegig. Auch hier sehen wir, dass die jüngste Aufwärtsbewegung der letzten Stunden, das Tief, das war heute Morgen 9.20 Uhr, das, was wir hier als Aufwärtsbewegung sehen, sehr wenig überzeugend. Also insofern, ich würde mal vorschlagen, es bleibt vorläufig bei der Abwärtsrichtung. Ob das jetzt direkt so runter geht, weiß ich nicht. Zwischentiefs wären als Trigger vielleicht nicht so schlecht, die 32.000er Marke. Es sieht so aus, als ob die Marktteilnehmer eh aufgegeben haben. Ja, komm, dann holen wir sie halt. Wir werden sehen, ob das passiert. Aber bullische Ambitionen sehe ich weder in diesem Teilstück noch in diesem Teilstück. So sieht es klassischerweise nicht aus verlaufstechnisch, wenn die Marktteilnehmer richtig Lust auf Kaufen haben. So sieht das aus, wenn man sagt, machen wir mal eine Pause mit der Abwärtsbewegung. Aber für viel mehr sieht es da auch schon fast nicht aus. Also wenig Erquicken ist für die Longseite. Nicht großer Druck im Moment da. Klar, es geht korrektiv nach oben. Aber wenn die Unterseiten, die Zwischentiefs hier wieder getriggert werden, dann ist dann ganz schnell auch die nächste Zone, die dann vielleicht wieder abgearbeitet wird. Also zumindest ist das wohl eher die Erwartungshaltung, die man da rauslesen kann aus dem Verhalten der Marktteilnehmer. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal für eure eigenen Handelsentscheidungen. Toi, 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 alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.